Ich habe gerade den Laden abgeschlossen und heute kam die neue Tasche von Ortlieb vorne für den Lenker und das habe ich als Einladung gesehen mal wieder eine kleine Tour zu machen. Es geht jetzt raus mit dem Overnighter. Ich fahre jetzt ganz kurz nach Hause, packe da das Zelt vorne aufs Runtrack drauf, belahe die Tasche und dann sehen wir uns gleich auf dem Rad. So, ich bin jetzt aus Bonn raus, habe noch knapp 15 Kilometer bis zu mir nach Hause. Da werde ich dann wie gesagt das Zelt aufschneiden, Schlafsack. Heute reicht auch der Sommerschlafsack bereits. Es ist so warm und schwül und ja, ich werde mich jetzt mal beeilen, damit ich euch noch ein bisschen was von einem Spot im Hellen zeigen kann. So, ich bin jetzt gleich zu Hause, noch ungefähr einen Kilometer, dann schnell die Sachen aufs Rad werfen, kurz was essen und dann geht es auch schon weiter. Es sind dann noch ungefähr zehn Kilometer, einen kleinen Anstieg hoch, dann noch mal eine schöne Strecke runter und dann sind wir auch schon am Spot und ja, wir sehen uns gleich wieder. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, ich bin jetzt am Spot angekommen. War doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe, muss gleich mal nachgucken, wie viele Kilometer es genau waren. Fahrrad habe ich schon hier abgestellt. Ortlieb Tasche hier vorne hat auch gut gehalten, hat sich ein bisschen gelockert, muss ich sagen. Also das war, das saß hier vorher einen Tacken fester, aber das war gerade auch, ja, ziemlich grober Gravel. Aber die lässt sich jetzt super einfach wieder festziehen und keine Ahnung, ob da jetzt die normale Ortlieb Handlebar Bag besser gehalten hätte. Also ich fahre normalerweise immer nur eine ganz, ganz kleine Tasche vorne und habe dann lieber auf meinem Fronttrack die Klamotte, weil ich das eigentlich nicht mag, wenn ich dann hier so irgendwelche Klamotten habe, zusammen mit dem Bahou, was ich normalerweise auch hier vorne habe. Aber hier ist es ganz angenehm, weil man hier eben noch zum Griff genügend Platz hat. Also selbst wenn man seitlich nochmal was rein tut, kann die GoPro auch relativ gut hier drin verstauen. Genau, ja, aber wir schnacken jetzt nicht lange. Wir gehen jetzt als erstes mal runter zum Sieg. Da ist noch so ein Rest Schimmer vom Sonnenuntergang, aber der ist hinter, die Sonne ist hinter uns untergegangen, deswegen kriegen wir davon leider nicht mehr so viel mit. Aber schaut euch das an. Herrlich. Ich zeige euch jetzt mal, was ich alles im Ortlieb Bag drin habe, der, wie alle anderen Artikel auch, aus der Bikepacking-Sehe jetzt in dem Schwarz hier daherkommt. Schönes Detail, die Schnalle hier ist jetzt nochmal gesichert, da kann sich auch bei Hauptträgerfahrten nichts lösen. Ansonsten haben wir hier natürlich, wie bei der Bikepacking-Kollektion, bei den Taschen jetzt mittlerweile üblich, den Rollverschluss. Es gibt auch noch welche mit wasserdichtem Reißverschluss, aber ich persönlich finde den Rolltop auch praktischer. Ganz hier oben drauf habe ich als allererstes mal die optionale Zubehör-Tasche. Da habe ich so Kram wie Powerbank, Kabel drin, Portemonnaie habe ich jetzt in meiner Hüfttasche drin beim Fahren tatsächlich. Da muss ich dann noch schneller dran. Ja, ansonsten habe ich hier... Na, guck. Ach, da ist die Schnalle. Es ist schon ein bisschen dunkel, deswegen alles ein bisschen grülich. Habe ich hier einmal meinen Schlafsack mit drin, Hygieneartikel, ein frisches T-Shirt. Da drunter ist noch meine Isomatte. Ein bisschen Kleinkram ist noch mit drin. Und hier ist definitiv noch Platz. Also hier würde noch eine Jacke mit reingehen. Die ist nur bei dem Wetter hier einfach nicht notwendig. Ja, wenn man einen kleinen Gaskocher oder so hat, den kriegt man sicherlich auch nochmal unter mit einer kleinen Gaskartusche. Ein kleines Schloss habe ich hier vorne noch mit drin. Ja, insgesamt fasst er halt 11 Liter. So, die Sonne ist definitiv weg. Unter den Bäumen oben ist es auch ein bisschen zu dunkel, sonst hätte ich euch gerne noch das Zelt gezeigt. Aber das schafft die GoPro nicht mehr. Und ich habe keine Beleuchtung mit, deswegen zeige ich euch das einfach morgen früh. Die Sonne geht ja relativ früh auf. Ich denke, ich werde zum Sonnenaufgang aufstehen. Dann zeige ich euch das Ganze mal. Ich habe das MacBook Microlite mit. Relativ geräumiges Ein-Personenzelt. Aber das zeige ich euch alles morgen früh. Ich mache mich jetzt noch ein bisschen frisch. Genieße noch hier ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen. Und dann verabschiede ich mich auch ins Bett, denn morgen geht es früh raus. Moin, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt knappe 6 Uhr. Zeit aufzustehen, alles zusammenzupacken. Vorher zeige ich euch nochmal ganz kurz hier das Zelt. Und dann geht es auch schon wieder nach Hause. Einmal kurz duschen und dann mit dem Rad wieder ab zur Arbeit. So, ich habe Schlafzäule und Isomatte. Das liegt schon hier zusammengepackt. Das Microlite ist ein Ein-Personenzelt. Bietet aber relativ viel Platz. Also man sieht, dass hier hinten hat man noch für diverse Ausrüstung genügend Platz. Und hier vorne liegt dann meistens meine Isomatte. Und das ist eigentlich ganz nett, gerade wenn da noch Regentage oder so sind. Dann hat man da ein bisschen Platz im Zelt und fühlt sich nicht wie so eine Schachtel. Hier vorne die Apside kann man schön geräumig aufmachen und bei gutem Wetter auch einfach offen lassen. Ich hatte hier heute Nacht auch zur Hälfte offen. Und so hat man dann auch mal ein bisschen bessere Luftzug. dreht. Das war's. So, ich war jetzt noch kurz zu Hause, habe den größten Teil der Ausrüstung weggebracht und fahre jetzt nach Bonn rüber. Dann wird gepackt und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Aber jetzt genießen wir erstmal noch ein paar Kilometer Radweg an der Sieg. So, das war's auch schon wieder. Kleiner Kurzurlaub ist abgeschlossen. Wenn ihr Bock auf mehr solcher Videos habt, dann drückt gerne auf Gefällt mir und vergesst natürlich nicht die Glocke, denn dann verpasst ihr auch die neuen Videos nicht mehr. Und ich freue mich, euch das nächste Mal wieder mit auf Tour zu nehmen. Ciao!